Ohne Spaß, ich sag dir, ich sag dir, K.U. Özgün, C.A.M.A.R.S. Kahn, O.M.A.R.S. Omen ist, ähm, Shükrü, Jet ist Mehmet und Ding ist Görkan. Ich schwöre, Fallis. Und die heißen alle Yildirim oder Yilmaz. Gebt mal, gebt mal, gebt mal alle weg. Ohne Spaß, gebt mal weg. Ich drohne hier. Fake. Wir haben keine Infos. Guter Fake, ohne... Komme. Komme. Reveal. Einer Side. Zweiside. Weiter. Digga, mit Klassik einfach alles gemacht. Super, 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 Jungs. Explode, baby, please. Explode, baby. Full, full, full. Ey, warte, Leute, wir machen das so. Nein, nein, warte, mit der Ulti. Sag, was die Ulti soll. Warte, mit der Ulti. Side, full Side. Rainer, geh rein. Ich mach dir eine Arrow-Close. Schöne Runde, Jungs. In fucking Zane. In Sahne. Lass dich mal Türke. Selber selber Türke. Ja, normal. Du wirst das niemals machen, Digga. Das heißt, äh, Kuba? Das sind rassistische Äußerungen von dir. Bitte unterlass das. Ey, Aftershock, Heaven. Kein Stress. Äh, 100 Zauber. Er piegt da mit seinem 7000er Pink, Digga. Short raus, baby. Schau raus. Den Arrow. Noch einer. Noch einer. One enemy remaining. Trickshot. Hehehe. 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 Later, bitches. What's the plan? The plan is we're playing default and middle, guys. Give Short das wo. Ich geb dir einen richtig schönen Arrow. Der wird Mitte revealen und auch Short. Error raus. Error raus. Schön. Ey, warte, bleib doch ruhig, bleib doch ruhig. Wir machen Caccelli, wir machen Caccelli. Komm her. Wir machen richtig zu weit. Wir machen Caccelli. Ja, was für welches, Digga. Ja, wir gehen... Das, was wir gemacht haben bei Focus immer. Ja, aber zu welcher Seite, du Idiot? Ja, wir gehen Caccelli B. Ja, komm her, André. Caccelli B. Ich brauch dich auf... Ja, ich brauch dich. Smoke hier. Ja, jetzt geh ich nochmal hier. Jetzt fake me hier. Geh mir rein. Gib mal einen Smoke. Wie geht's B? Weil bin ich aus dem Geschossen. Weil bin ich aus dem Geschossen. Was für Caccelli, mir geht das rauf? Ja, wie kann das denn? Digga, der ist in Front hier, Digga. Was ist das für Caccelli, ja. Nein. Die ist close, Bruder. Nice strike Butcher. Okay, wir machen den gleichen Aufbau. Wir gehen wieder Mitte rein. Was war gut los? Die Traps der Stirn und alles. Butcher, das sind Türken, Digga. Die trinken nur ohne da. Was dir wieder will. Wieder in der Nationalkur. kannst du es schwarz morgen kam und macht ihr nicht zu macht nicht zu lieb macht schon ein bisschen nicht außen der droht hier ich würde sagen wir geht short begin short action machen und hast du holte schulden nein sehr schön für die runde können wir das können wir das gleiche machen mit dem short push mit butcher ich mache euch sogar noch eine ulti hinterher das wird richtig op guck auf den reveal warte kurz ich drohe rein der ist hier der main ich hab immer aufs main gehört main ja geh mal an der heaven anfäll ich geb dir einen richtig geilen arrow kommt jetzt ja glaube ich auch wie viel hast du so war gegeben ich hab ihn gekillt also ich weiß nicht das war true keiner close keiner close ich drohne ich drohne side ich drohne side ich werde einen tag haben wir getagged side you can bang 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 ich bin so ein sohn ich gebe arrow cd ich gebe arrow cd warte zwei sekunden an trust easy easy leise er ist close ich atac ich max macht die zu machen die kuba das ist so bodenlos können wir machen richtig ekelhaft richtig ekelhaft geh mal hier updraft hoch halt einfach die haben eco ich will die richtig brechen und chill einfach spiel einfach auf contact von lucid komm mit komm mit zwei nicht aber schade 321 das normal aufbau wieder machen ich werde ich werde doch doch muss ich diese spitze diese spitze hier müsste das dritte dach 1 2 3 an der rille hier never mind nicht schlimm der kriegt meine schocks richtig zu spüren ja man hat gesehen es funktioniert man kann damit auf jeden fall schaden und menschen töten ich spiele das ist meine position du machst mir alles nach ja stimmt so komplett meinst du auch ergeben steil ich habe den arrow noch kurz ich bete dich später dann nicht dann ja ich gehe dann raus einfach vieles hier das ist so frech was wir gespielt haben wir waren so verswetet mit utel wir waren so verswetet mit utel hee 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 hee